Erfolg ist Unterstützung von deinen Freunden und deiner Familie zu haben. Diesen Erfolgshipp habe ich von Schauspielerin Georgina Leonidas bekommen und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Denn die Familie in der Firma ist in der Regel das Team. Wie kannst du nun das Team einschwören, dass die auch auf deiner Seite sind, dass die gemeinsamen Ziele nachfolgen und auch, dass Ziele, die nicht erfüllt werden, beziehungsweise Menschen, die sich auf dem Weg zum Ziel abwenden, dass die natürlich aus dem Team genommen werden. Was kannst du dafür tun, dass es gleich zu Beginn richtig eingestellt wird und die Menschen auch alle hinter der Idee und hinter dir stehen? Das verrate ich dir heute in meinem Blog auf www.normin-krater.com